Ach, bleibt nichts dazu. Wir brauchen Battle-Reds. Battle-Reds! Lass mich jetzt auch von der Schnecken flachenlegen! Ey, Leute, Leute, Leute! Was macht denn hier da? Alter, Bodenflieger hat direkt eingesponnen! Ich hab auch eingesponnen! Bin ich jetzt langsam auf euch zugekommen? Ey, anstrengend. Alter, drei Schnecken sind vor uns! BR kommt! Oh nein! Jetzt belebst du mich natürlich direkt vor der Schnecke wieder. Na ja, klar! Ich bin eingesponnen. Wie soll das? Ich hab dich gerade in Sicherheit gezogen. Willst du dich jetzt beschweren? Nein, aber ich meinte eigentlich... Wir sind eingesponnen! Bin dabei, bin dabei! Alter, ihr seid eng! Das war eigentlich falsch richtig. Die Flick ist die ganze Zeit entkommen. Was mache ich verkehrt? Wir müssen die Fliegen erst mal machen. Ich war einfach vorbei. Nein! 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 Du darfst jetzt nicht über das, was da ist. Ja, ich hab's gerade gesehen. Ist ja ganz ruhig. Was macht ihr da mit die scheiß Fliegen? Töten. Wieso? Ah! Ich hab Angst. Weil die sonst uns nicht in den Kampf lassen. Und rüber auf die andere Seite. Ihr habt's ja gepolt. Beziehungsweise Soul hat die ja gepolt mit seinen Meteoriten. Quatsch! Doch, ich hab's genau gesehen, deine Hand von Gul'dan, die da drauf gelandet ist. Schlecke! Doch! Schlecken! Arfe oder Notgeile? Beide! Arfe, Notgeile? Aha, hier! Oh nein! Nekrofoli... 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 Pfff... Weißt du, Matze, Jenny war ziemlich lange auf dem Schiff. Die ist jetzt ganz schön... Okay. Wenn Matrosenland gegangen... Achso, das weißt du natürlich. Vielleicht haben die ja eingebaute Vibratoren an dort. So alle, alle zweite Redding gibt's dann einen Standvibrator. Jede zweite Redding? Ja? Weiß ich doch nicht. Was meinst du, warum das Ding Bullauge heißt? Damit du aber ordentlich einen wegstecken kannst. Warte mal! Jetzt hab ich irgendwie eine ganz, ganz, ganz dumme Überleitung von wegen... Wie war das mit dem Schenkel und... Oh nein! Und dem Ausmessen? Die Augen haben da früher Abhilfe geschaffen! Ah nein! Oh, du haben was doch! Nein, der ist noch ein Flieger! Warum geht der schon rüber? Der ist noch ein Flieger! Warum geht der schon rüber? Der ist noch ein Flieger! Ja, bin ich noch brav! Ich war nicht trinket! Ich war nicht trinket! Ich bin auf dem Fliegen! Ich bin auf dem Fliegen! Kaisa, du hast das Treffsicherheits-Trinket drin! Ja, ich bin ja auch nicht im aktuellen Raid! Ja, switch mal auf das gute Trinket! Wir machen aber den Rest auch noch, oder? Können wir von mir aus machen! Yay! Also mir macht's bis jetzt einen Haufen Spaß! Jo! Jo! Ich hab auch bald Spaß! Hehehe! So ist der immer ein Portal von hier in die Mitte! Von hier zur Mitte! Ja, zur Titte! Ja, zur Mitte, zur Titte und zur Musch-musch-musch! Ob! Mach! Inne! Direkt mit KR Vollgas-Trofunde-Wetter! Jawoll! Bam! Jetzt haben wir aber niemanden für die Eier, ne? Brauchen wir nicht! Die Eier sind groß genug! Pass, stopp! Der Vogel kann doch ein paar Eier legen! Ey, das macht er ja auch, die ganze Zeit! Ja, der Weihnachtsmann hat auch so einen großen Zeig, weil er mal bei mir kommt, ne? Ja, ja! Puh! Gott! Scheiße! Nie wo hat sich in die Ecke verzogen! Wo war nie hier? Jawoll, nicht grad sagen, war mein Gedanke! Matze war nur schneller! Oh man! Ich seh es kommen, diese Nacht will ich schlafen wie ein Moped! Wie ein Moped? Wie ein Moped? Nein! Zeitlich auf dem Ständer! Du hast genau an das gedacht, wo ich auch gedacht hab! Na das! Du zeigst nicht auf dem Ständer, ja! Oh man! Na nun! Zuhause! Ja, sehr spektakulär der Bossfight, so viele Mechaniken! Ja, richtig geil! Weil ihr so einen potenten Heiler habt! So! Stab! Stab! Ist der Stab drin? Nö! Kein Fall! Also nächste Woche um die selbe Zeit wieder! Und jetzt kommt ihr noch mal wieder! Ha ha ha! Potzen! So! Und mir was noch mal den Rest... Ach es ist ja auch... So ihr schnappt euch jetzt hier so ne Feder am Rand! Und könnt dann rumfliegen! Und müsst nach da oben fliegen! Hallo? Feder? Hallo? Kein Vogel! Hä? Warum funktionieren die Feder nicht? Achso! Äh extra Button! Warum funktioniert mein extra Button nicht? Warum funktioniert mein extra Button da oben? Jetzt funktioniert mein extra Button! Jetzt funktioniert mein extra Button! Wie geil ist das denn? Pädels! Das ist ja immer saugeil! Ach da bist du verarscht! Wo ist denn der? Wohin denn? Ach da! Ach da drüben! Ihr blöden Fisch! Fliegen hier rum wie auch die Kommen haben! Das sieht saugeil aus! Ey sowas muss das als Maufen fliegen! Ach ich hab mich nur verarscht! Ach da drüben! Jetzt bin ich in den roten Portal rein! Und? Keisha ich glaub wir sind falsch! Ja, glaub ich auch! Ich steh mir wie die Oegritz! Jungs! Guckt mal zu mir rüber! Ey sowas müsste es immer geben! Wo sind denn die anderen beiden? Äh Mädels? Ihr seid durchs rote Portal! Hä? Mädels? Wo seid ihr? Durchs rote Portal durch! Zum vierten Mal durchs rote Portal sind wir durch! Oder um es mal auf hündig zu sagen durchs graue Portal! Buff! Ja! Okay ich bin hier! Kaischer ist aber auch nicht hier direkt runden! Okay ich bin hier! Soul? Alles in Ordnung? Oh was wär ich so gern betrunken jetzt! Mann! Komm vorbei! Kaischer macht jede Menge Schnaps hinaus! Ey du kannst hier bitte nicht durchfliegen Kaischer! Was soll das? Lappen! Ey wohin denn? Da kann man ja gar nicht durchfliegen! Das hab ich ja auch gehört! Wisst ihr was ich richtig geil find? Jennifer und Soul die definitiv hier nicht einmal im NAC drin waren! Die sind da! Ich war auch nicht einmal im NAC drin! Wir werden jetzt sterben weil ihr alle drei gepullt habt wahrscheinlich! Nein! Doch! Quatsch! Können euch echt mülfe- Oh oh! Shit 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 shit! Nein! Alter! Alter! Du musst das Auge kaputt machen! Ich hab diese Flecks! Solang das Auge da ist! Die fressen mich grad gegenseitig! Ja! Die fressen mich grad gegenseitig! Die fressen mich grad gegenseitig! Die fressen mich grad gegenseitig! Ey was soll denn das? Warum haut der auf mich? Alter warum leckt das denn so? Oh ich hab nur noch necks! Bei mir geht's! Warum? Habt ihr gerade auch so ne kleinen Stoppa im Spiel? Alter! Ja! Weil wir hier drei Augenwächter gepullt haben! Wir haben die zwei Spezialisten! Huiiii! Karimms! Oh ich hab's doch gesagt ihr beiden! Zawetada! Sollte ein Wettbüro aufmachen! Boah alter das ist ja wirklich mit den Spikes ist das ja übel! Ach du Kacke! Ja das ist weil sie drei von diesen scheiß Augenbossen gebräut haben! Wow! Das ist ja richtig krass! Ich seh nichts mehr! Es bewegt sich ungefähr alle 20 Sekunden ein Bild! Ah jetzt ist wieder alles flüssig! Also bei mir läuft es auf jeden Fall gut aber ich hab halt immer mal so kurze Spikes drin! Oh ja man! Ja ja ist bei mir auch! Deswegen hab ich ja gesagt... Ey sag mal wo bleibt ihr denn bitte? Alte Klappe... Hö Hö Hö! Von wegen, ihr seid vor uns da, bitte komm auf hier. Ey, was soll das? Arschlecken erster. Einen nach dem anderen und nicht einmal an den zweiten Pult. Okay, den zweiten Pult, das geht klar. Ich knall dich. Oh klar. Vielleicht will sie das. Ach, der liegt auch gleich, ich sprülle den dritten. Ich sprülle dich um. Ja komm, der liegt doch schon. Der liegt doch. Du weißt, was eben bei zwei passiert ist und als der Ritter zu kam, weißt du auch was passiert ist. Das waren drei. Zwei packen wir ja wohl. Nein, weil die ja auch Legspikes erzeugen. Quatsch. Hast du Angst, dass dein Rechner wieder in die Knie geht? Ja, unter anderem. Hab ich auf einmal ein Quest gekriegt? Ja, weil es hier random Weakleys gab. Cool. Ja, bitte schön. Gern geschehen. Ach ja, jetzt müssen wir die Großen hier gehen. Nein, bitte erst das Auge töten. Event machen. Hop hop. Ja, Locke macht halt keinen Schaden. Sorry. Glühfraut Locke. Ja. Meiner heißt tot. Ich kann das noch nicht spielen. Ich kann es nicht mehr schaden. So, auf der anderen Seite. Hop hop. Weiter zu dem nächsten. Und hier. Hä, warum habt ihr alle... Hm? Was ist jetzt? Egal. Das passt. Yay, Quest abgeschlossen. Was ist da drin? Yay, Gold. Und ein Blutgeist. Wuhu. Nanananana. Nanananana. Und direkt mit Kr Vollgas. Jawohl, hier ist die. Oh, lass ihn bloß nicht in die Phase kommen. Ich glaube, das war Masch's Plan. Der weiß nicht mal, was die Phase ist. Ich hab keinen Bock an. Ich hab heute die Röserei. Besser als ich. Mach Sachen. Wir müssten hier mal auf Mythic durch. Ich will mal Raden sehen. B? Raden. B? Der Gesicht. B? Ist Kaisha grad bei 172k im Singletage gewesen? Außer, Außer! Ja. Ja, wer ist das? Das tut sich jetzt nicht zur Türfläche? Nein. Ich hab erst. Okay. Du hast ja schön angesagt, Randy. Ich bin stolz auf dich. Ehrlich, ihr Kleiner. Bleibt doch stehen! Warum rennt ihr jetzt zu mir? Ihr wollt mich doch alle tot sehen! Spinnt ihr! Ohohohoho! Heil mich doch! Mann! Ey Leute, das finden wir euch nicht! Das fragen wir uns auch schon. Das fragen wir uns auch schon. Verhalten wir nicht! Weißt du, wie die mir einen Silenced nach dem anderen verfahren haben? Ist das euer Ernst? Hau ihn weg! Los! Hau ihn weg! 300k live! Oh, Knappel! Oh, Teddy, der hatte nur noch 300! So, und wenn ihr mich nochmal so silenced, einer nach dem anderen, dann knall ich euch die Hütte kaputt! Du bist Heiler! Du bist ein fucking Heiler! Ja! Versuch mal zu heilen, wenn du gesilend bist! Versuch mal zu heilen, wenn du gesilend bist! Junge, da krieg ich Blähungen, wenn ich sowas sehe! Kaisa, bitte trink viel öfter! Das ist köstlich! Dafür musst du nix getrunken haben! Das ist das Schlimme an der Sache! Die ist normal so! Schätz mich! Ich riege euch am Auge! Komm! Ja, ich bin schon dabei! Vorscheide! So, die lebt schon! Dann hört sie sich ja nicht! Warum hab ich jetzt das X über dem Kopf? Ich schmeiß jetzt erstmal in Slask rein, damit ich nochmal diese Heiler zergraben! Oder? Kilde uns mal vorher! Oh, du kannst mich mal, Kaisa! So, du bist jetzt einmal vollgehaltet und kriegst jetzt keine Heilung mehr! Noch drei Schilde drauf! Schatz vollgehalt, krieg keine Heilung mehr! Hallo! Pull! Ne! Alles klar! Am wenigstens einer, der auf mich hört! Darf ja keinen Pulltimer machen! Hallo! Bin ich ein Jude im dritten Reich oder was und hab keine Rechte? Ach, du bist gut! 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 Willst du jetzt? Nee, nee, bitte! Den Rosettenanbieter erkenne ich an seiner Stimme. Und jetzt darfst du nicht in den Heiler reinlaufen. Wo ist der Heiler in Lauf rein? Heiler? Wo? Wo ist er denn? Ich hab ihn. Ich hab ihn gefunden. Heiler, heil mich. Ruhe. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ich hab 5 Stacks von dem Ding drauf und der Tooltip sagt 0% Heilung verringert. Das ist doch halt. Jaja. Außer aus den Chilettenholz. Jetzt gibt's da keine Heilung. Kaisha, stirb bitte nicht. Ich hab mir schon ein Pot reingeschwitzt. Ich hab mir schon ein Pot reingeschwitzt. Angst. Ich hab Cast Signet. Das ist der Strasse. Das ist der Strasse. Das ist der Strasse. Das ist der Strasse. Was? Geld. Wo bei Ebay gekauft? Puh. Jetzt kommt ja Animus, ne? Primordius Animus. Nuh-nuh. Nuh-nuh. I need to get closer. Matze hat an DC, Matze hat an DC. Du kommst kein Animus. Ja saja. Erstmal kommt mein absoluten Wurst. Ihr habt das nicht gesehen, Soul, von Soul, sein Dämon, hat des Blub an der Seite runtergeschubst. Wieso hat er alles kann? Ich bin der Fettere von uns beiden, verpiss dich! Mit seiner Sense haut er auch noch sein Sense. Er hat gesagt, ey yo, ich bin Fresh Dumbledore. Ich hau dich hier von links nach Ohr. Von links nach Ohr?